Eine Symphony Plötzlich fuhr eine schwarze Limousin lang rast die Golden Gate Bridge neben mir her. Die Scheiben waren verdunkelt, also musste jemand unheimlich Wichtiges drin sein. Die Tür ging auf und eine Frauenstimme sagte, steig ein und natürlich stieg ich ein. Madonna, bist das ehrlich du? Madonna, was wirst du jetzt tun? Gefühle, wie nur du sie hast. Ach bitte, ist dafür kein Platz. Gefühle, wie nur du sie hast. Wir fuhren in ihr Penthouse, wo sie mir ihre goldenen Schauplatten zeigte. Davon hat sie ja genug. Wir setzten uns aufs Sofa und Radio spielte klassische Musik. Der Rampan war sehr schlecht. So saßen wir und redeten, redeten lange und lange, bis einst zum anderen Knoten, wie das ja in solchen Situationen meistens geht. Alle Sterne strahlen heute Nacht für mich. Alle Sterne strahlen heute Nacht, ich hab' dich. Madonna, bist das ehrlich du? Madonna, was wirst du jetzt tun? Gefühle, wie nur du sie hast. Ach bitte, ist dafür kein Platz. Gefühle, wie nur du sie hast. Madonna, bist das ehrlich du? Madonna, was wirst du jetzt tun? Gefühl, Gefühle, wie nur du sie hast. Ach bitte, ist dafür kein Platz. Gefühle, wie nur du sie hast. Madonna. Am Morgen machte sie mir Frühstück und sagte, na dann, tschüss. Ich fragte, kann ich dich wiedersehen? Sie sagte, nein. Und ich sagte, na dann, tschüss. Ich habe keinem je davon erzählt, denn wen geht es im Grunde überhaupt etwas an? Was genau passierte? Madonna, bist das ehrlich du? Madonna, was wirst du jetzt tun? Gefühle, wie nur du sie hast. Auf mir, denn, ist dafür kein Platz. Gefühle, wie nur du sie hast. Madonna, bist das ehrlich du? Madonna, was wirst du jetzt tun? Gefühle, wie nur du sie hast. Auf mir, denn, ist dafür kein Platz. Gefühle, wie nur du sie hast. Madonna, 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 Madonna. Madonna, Madonna. Madonna, bist das ehrlich du? Ah, was wirst du, wie nur du sie hast. Fühle, wie nur du sie hast. Die Zürich. floor. Das ist ophäre, wie nur du sie hast. Die Zürich. Die Zürich. behavi.. Vielen Dank.